Los, los! Oh Mist! Ja! Das ist natürlich mal wieder typisch. Hat man irgendwas herausgefunden, wird einem das sofort wieder abgenommen. Naja gut, das wäre auch langweilig, wenn... Wenn es wie ob ich vorbei wäre, war? Oh Mist! Sollten wir jetzt mal schnell abhauen, wäre ja auch nicht hier verrecken. Los, hier hoch! Was machst du denn los jetzt? Ich hab nichts! Na los! Immer müssen wir den Frauen helfen. Hier rein! Runter! Alles klar? Ja, mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Okay. Oh Mist! Ich glaub, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich mein, naja... Das ist alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also... Was machen wir jetzt? Ich gehe hier nach. Ha! Das war ja klar. Typisch. Hier nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein. Hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazariewicz merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja. Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich hab keinen blassen Schimmers. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh, nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate. Hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Eigentlich muss ich immer den Zug kriegen. Aufschwärmen. Fangt sie ab. Warte. Ah, scheiße. Ich hoffe, das kriegen wir auch schnell hin. Oh, müssen wir eigentlich schnell hinbekommen. Da ist der Wasserturm. Ausschwärmen. Fangt sie ab. Warte. Ja, ja, ich passe ja. Ich brauche eine Waffe. Die kriegst du ja gleich. Schon was gefunden? Noch nicht. Richtig. Irgendwas gefunden. Hier ist nichts. Ich würde mir erst mal den hier drüben aus. Jetzt haben wir auch schon eine Waffe. Also, ich würde mal sagen, wir würden dann den hier ausschalten. Ähm, ja, gleich. Was? Hey. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wie geht's? Oh, nass gemacht. die beste verteidigung alles klar so da geh ich mal ruhig wieder ein reindrucks ich sie alle allein geschafft hat beeindruckt ist nicht das richtige wort war doch super das kennen wir ja wow hier geht nicht also hier rüber ja ja versuch es jetzt mal Ah, ne. Was? So. Ja, den Granater nicht geholfen, oder was? Haben Sie! Das waren wohl alle! Oh nein! Die hören dich auf! Na los! Super Deckung! Na, krieg ich den noch? Okay. Danke! Der lange braucht. Okay. Los geht's. Nicht schlecht wirst. Vorjahresmodell. Das wollte ich schon lange. Super, wir sind beim Wasserturm. Ja, das stimmt. Aber ich mach trotzdem hier mal ne Pause. Oder ein... Kack... Es ist Hammer Time. ... ... ... ... ...